hallo herzlich willkommen zu einer neuen folge all inclusive ja danke für diese anmoderation mispa bitteschön heute ist ja die zweite folge all inclusive und wir haben heute das erste mal einen gast dabei wir haben ja letztes mal ein kleines geheimnis draus gemacht wer es werden wird ja genau und nun können wir es aber verraten heute sitzt bei uns paria hallo paria schön dass du da bist ich freue mich auch dass ich da bin ja paria hast du lustig unseren hörern und einmal kurz vorzustellen ja ich bin paria und arbeite seit zwölf jahren bei bahner 16 und wollte gerne mal das erste mal so ein podcast mitmachen das ist für mich das erste mal so und ich bin mal gespannt was so dabei rauskommt ja mispa und ich sind ja auch noch nicht so erfahren wir haben jetzt eine folge aufgenommen und sind jetzt bei der zweiten folge wir sind selber noch sehr aufgeregt aber wir kriegen das schon hin genau ich glaube das ist ja auch locker und entspannt genau paria du meinest ja eben dass du schon seit zwölf jahren in der bahner bist du bist vorwiegend sängerin und pianistin richtig ja ich spiele klavier also beziehungsweise hier keyboard ich singe und bei der band the living music box spiele ich auch noch so percussion instrumente und ein bisschen gitarre spiele ich auch manchmal ja cool und ich glaube du hast mir mal verraten dass du auch ein absolutes gehör hast oder ja das heißt wenn jetzt ein lied läuft dann kann ich sagen das ist in d dur oder wenn man sagt sing mal ein a dann singe ich das einfach aus dem ff das ist total cool das ist natürlich echt ein tolles talent wenn man musik macht oder mispa ja das ist echt ein tolles talent wenn man musik macht kann das ist sehr hilfreich das glaube ich genau wir haben uns ja vorgenommen in diesem podcast immer für unsere gäste offen zu halten was sie mit uns besprechen wollen was sie gerne mitteilen wollen und deswegen würde ich dich gerne einmal fragen paria was hast du uns heute für themen mitgebracht oder das ist gar nicht so leicht zu beantworten weil es gibt grundsätzlich so einige themen die mich beschäftigen ein thema ist zum beispiel das ernst genommen werden wenn man als beschäftigter oder kind oder was auch immer ein thema anspricht anspricht dann hat man manchmal das gefühl oder ich habe dann das gefühl vielleicht nicht ernst genommen zu werden aber sobald meine mutter sich einschaltet oder gesetzliche betreuung oder was auch immer dann funktioniert das und das thema ist so ein dauerthema wo ich denke warum ist das denn so das kenne ich auch ich glaube das hat jeder schon mal erlebt besonders in der kindheit weil als kind wird man ja grundsätzlich nicht so ernst genommen oder was meinst du missbar ja als kind wird man oft schon nicht ernst genommen da habe ich zum beispiel eine geschichte ich war in der vierten oder fünften klasse in der schule hatten wir trampolinespringen und ein junge ein klassenkamerad ist mit seinem knie gegen meinen kleinen finger gekommen und ich hatte höllische schmerzen und als wir dann gefrühstückt haben habe ich meine lehrerin gefragt ob sie mir bitte helfen könnte meine frühstücksdose aufzumachen ich konnte weder festhalten noch aufmachen und die lehrerin sagte übertreibe nicht oder soll ich dich jetzt drei wochen krank schreiben und nachdem ich die situation noch mal klarer geschildert hatte hatte sie mir geholfen so aber dieser spruch war schon übertrieben und als ich meine mutter irgendwann eingeschaltet hatte sagte sie oh es tut mir leid das habe ich gar nicht so eingeschätzt und entschuldige und so das zeigt zum beispiel wie viel wert die schüler oder kinder haben oder nicht sowas geht natürlich überhaupt nicht ne finde ich auch nicht weil ich meine du hast ja wehgetan du hast dich ja verletzt und ich finde in so einem moment sollte man eigentlich immer irgendwie das ernst nehmen was jetzt die person sagt auch wenn es sich um ein kind handelt das ist total unfair auf jeden fall da muss ich georg zustimmen und paria du hast eben schon angeschnitten dass du das jetzt auch im erwachsenen leben öfter erlebst dass du nicht so wirklich ernst genommen wirst jetzt aktuell ist das nicht so aber es war mal so es gab schon mal situationen wo ich mich nicht ernst genommen gefühlt habe das ist schon lange her okay schön dass das heute nicht mehr so ist hast du denn eine idee woran das liegen könnte dass man dich nicht ernst nimmt also oder oder glaubst du das kommt einfach weil die menschen irgendwie blöd sind das wüsste ich selber gerne woran das liegt also eine theorie habe ich aber ich weiß nicht ob die stimmt es gibt ja auch menschen die sich nur reinsteigern quasi also wenn sie etwas sagen wovor sie angst haben oder wenn sie etwas nicht wollen dass sie das eigentlich nur sagen um aufmerksamkeit zu bekommen und weil es von diese sorte auch öfter mal welche gibt denken vielleicht die pädagogen erzieher oder gruppenleiter was auch immer man dazu sagt ist es vielleicht für die manchmal schwer zu differenzieren wer meint es wirklich ernst und wer steigert sich dann nur rein das klingt auf jeden fall plausibel mispa hast du so etwas auch schon mal erlebt dass du auch als erwachsene frau nicht wirklich ernst genommen wirst von deiner umgebung ja das habe ich leider auch schon sehr oft erlebt ja gibt es da eine konkrete geschichte die die dir einfällt wo das passiert ist ja ich habe einmal bei einem amt angerufen und dann hat die frau gesagt wo ist denn ihre ihre bezugsperson dann habe ich gesagt ich kann das auch alleine und diese frau hat mich aber nicht ernst genommen und dann musste ich noch einmal anrufen und dann habe ich da angerufen mit meiner betreuung und dann hat sie das auf einmal alles gemacht wo ich mir so dachte das ist jetzt nicht ihr ernst so also die hat ist quasi nicht tätig geworden weil du selber angerufen hast erst als deine betreuerin sich gemeldet hat hat diese frau im amt dann das getan was sie eigentlich machen muss genau das geht natürlich überhaupt nicht ich habe noch eine vermutung also die mir gerade einfällt warum die leute einem ernst nehmen wenn sich eltern oder gesetzliche betreuer einschalten weil ein menschen mit handicap kann man leichter mal an die wand reden sage ich mal die wüssten gar nicht wie sie sich an der obersten stelle oder bei der obersten stelle beschweren sollen oder wenn sie wüssten würden sie sich das nicht trauen aber wenn jetzt ein elternteil anruft müssen sie zu den eltern freundlich sein weil sie wissen schon dass die eltern in der lage wären sich an der höheren stelle zu beschweren genau das ist ja also das ist ja auch eine form von jemanden für unmündig erklären ich glaube missball wir haben da so ein bisschen in der ersten folge schon drüber gesprochen ja das haben wir genau das da hast du auch schon ein paar geschichten erzählt und ich finde das erkennt man hier ganz gut wieder dass man dann irgendwie sagt na komm nehme ich jetzt mal nicht so ernst oder ich oder ich unterstelle dass dass du das gar nicht kannst dass du das gar nicht bewerten kannst oder so und dann muss erst mal ein betreuer oder eine mutter kommen und wenn die das gleiche sagt wird dann erst gehandelt ich finde das ich finde das tragisch weil ich habe ja auch schon in der ersten folge erzählt dass ich soziale arbeit studiere und in meinem studium lernt man auf jeden fall dass alle bedürfnisse von menschen ernst zu nehmen sind also von jedem menschen und dass man darauf auch hören sollte und gerade personen wie du es gerade beschrieben hast in der ersten geschichte parier die jetzt als pädagogen arbeiten die sollten das ja erst recht wissen weil die haben ja etwas ähnliches studiert wie ich es gerade studiere ja das wäre auf jeden fall sinnvoll wenn die das wissen würden aber diese fälle sind leider gar nicht so selten ich habe auch noch ein fall von meiner freundin sie wohnt in einer wohngruppe im südringen und sie hatte ohrenschmerzen sie sagte zu dem betreuer du ich habe ohrenschmerzen können wir irgendwie zum arzt gehen das ist schon seit einigen tagen und da meinte er du wir sind unter besetzt wir können dich nicht zum arzt bringen warte doch erst mal ab und wenn es morgen nicht besser wird können wer darüber reden morgen das gleiche du ich habe immer noch ohrenschmerzen ja vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm das ist ja noch nicht eine woche und wenn es nicht besser wird dann können wir immer noch zum arzt gehen und nachdem dieser vorfall irgendwie zwei drei vier mal war hat sie aus verzweiflung ihre mutter angerufen und die mutter hat gesagt das darf doch wohl nicht wahr sein gib mir mal den betreuer da war er gerade wieder im dienst dann hörte meine freundin nur noch wie der betreuer sagt ist doch kein problem aber selbstverständlich und was glaubt ihr wie schnell der betreuer mit ihr beim arzt war auf einmal ging das das ist unglaublich so was verstehe ich immer nicht ja das ist vor allem auch ungerecht also gerade wenn ich ein medizinisches problem habe dann bin ich ja erst recht auf die hilfe von anderen angewiesen und wenn man das dann so klein redet also das das geht gar nicht und vor allem sind menschen die in einrichtungen wohnen oder in der werkstatt arbeiten doch den leuten wehrlos ausgeliefert die können nicht oder nicht jeder kann mal eben alleine zum arzt gehen das kommt natürlich noch dazu also dadurch dass man in so einer wohngruppe lebt wie das eben beschrieben hast ist man ja auf die ich sag es mal gunst der betreuenden angewiesen irgendwo und wenn man dann da jemand vor sich hat der einen nicht ernst nimmt dann hat man irgendwie pech gehabt und das ist das kann es nicht sein finde ich was mir auch bedenken macht wenn jetzt ein neuer betreuer irgendwo anfängt ob es eine wohngruppe oder eine werkstatt ist da das ist dabei erst mal ganz egal wenn jemand neues anfängt ich sag mal der kommt frisch von der uni und das ist sein erster richtiger job den er gerade so übernimmt und er hat das halt noch so gelernt dass er die leute für voll nehmen soll weil das halt wichtig ist und dann klagt ein klient nach leid und dann könnte aber ein betreuer der schon länger in dem job ist sagen weißt du was die steigert sich da nur rein das hat die schon öfter die geschichte kennen wir schon und dann könnte es ganz schnell passieren dass auch die neueren sozusagen mit einbezogen werden und wenn die dann doch anders handeln dann sind sie auf einmal nicht mehr beliebt bei den kollegen ja das habe ich leider auch schon gehört also eine freundin von mir die arbeitet auch in der wohngruppe und als sie da frisch war also als sie frisch in die wohngruppe gekommen ist nach ihrem studium da hatte sie eine person die sie ganz gerne mochte und die hatte halt auch die die ist geistig nicht so fit und dann hat sie immer gesagt der hat schmerzen und die wurde halt nicht ernst genommen von den von den betreuern sondern die betreuer haben sich noch lustig gemacht über sie sowas geht eigentlich gar nicht das ist ja sogar noch eine spur schlimmer als nicht ernst genommen zu werden wenn man dann auch noch einen spaß daraus macht ja gerade gerade wenn man dann geht da wie die person die du beschrieben hast in einer noch wehrlöseren position ist ja die person kann sich auch nicht äußern also sie kann jetzt nicht sagen stopp oder so das ja noch schlimmer das kommt noch dazu dass man das genau bei den leuten macht die sich nicht wehren können aber ich glaube dass was du beschrieben hast missbar mit dem dass sie nicht mal stopp sagen kann ich glaube der mensch ist irgendwie darauf aus ob bewusst oder unbewusst dass alles an schwächeren auszulassen also kinder lassen dass ältere kinder lassen ihre ärgereien auch auf die schwächeren aus und leider machen das erwachsene muss man ehrlich sagen nicht anders ja das stimmt leider ich habe viel beobachtet weißt du zum beispiel wenn ein gruppenleiter mit blöden spruch macht mehr beschäftigten und er weiß eigentlich ganz genau der beschäftigte ist sensibel kann sich gar nicht wehren und weiß gar nicht wie er zurück kontern kann aber denselben spruch würde er zu seinem kollegen niemals sagen weil genau weiß der kollege kann kontern und das ist halt auch das ding dass ich frage mich genießen die das dass sie ihre macht so ausspielen können oder ist es weil sie überfordert sind ich würde gerne wissen warum das so ist das habe ich mich auch schon gefragt ob die betreuer das dann genießen wenn sie so einen satz ablassen oder was das mit denen so macht wenn sie so einen satz sagen also dass wenn so einen satz jemanden verletzt dann ist natürlich völlig unangebracht da brauchen wir glaube ich nicht drüber diskutieren ich kann mir vorstellen dass die leute die sowas sagen es vielleicht im ersten moment gar nicht so so schlimm bewerten was natürlich eine fehl einschätzung ist dann und eigentlich müsste man dann aus der reaktion heraus schließen können oder es war jetzt vielleicht doch ein bisschen blöd was ich gesagt habe und dann kann man sich ja immer noch entschuldigen aber so wie ihr beide das gerade beschrieben habt kommt das ja nicht vor also dann wird darüber gelacht und dann wird das einfach so hingenommen und dann ist die person über die der witz gemacht wurde dann halt ja ist dann sich selbst überlassen sozusagen mit den schlechten gefühlen und manche verstehen das ja auch nicht also die merken dann dass übereingelacht worden ist dann aber sie verstehen nicht warum warum lachen sie dann machen sie sich halt die ganze zeit gedanken habe ich jetzt was falsch gemacht oder so und ja ich finde in so einem beruf ob es soziale arbeit lehramt erzieher oder egal wie du es nennst wenn du in so einem beruf arbeitest solltest du dich erst mal an die menschen ran tasten und gucken wie weit kann ich mit den menschen scherzen mit mir zum beispiel wenn ich mal irgendwo gegen lauf und und ein betreuer sagen würde hey augen ich kann über sowas lachen ich witzel ja selber mit mir rum aber ich habe auch wieder kollegen die das gar nicht witzig finden und da sollte man schon wissen mit wem man wie scherzen kann und mit wenig und wenn man dann doch mal über die strenge schlägt weil man jemanden falsch eingeschätzt hat wir sind ja alle menschen sollte man auch den mut haben zu sagen okay das war etwas blöd von mir sorry ja da hast du gerade was angeschnitten vielleicht magst du kurz für die leute die dich noch nicht kennen erzählen warum solche witze gemacht werden wie augen auf ja gute frage ich glaube das kommt einfach daher weil wir blinden selber miteinander scherze machen und das kommt schon mal vor dass ich mal gegen tisch laufe und wenn man sich gut versteht dann kommt das schon mal vor dass man sagt kannst du nicht gucken oder was oder randalierst du hier schon wieder seine sprüche kommen dann ich glaube dass es auch manchmal das ding wenn man jemanden auch schon sehr lange kennt dass man nicht mehr ganz so gehemmt oder ganz so vorsichtig ist und dann könnte man damit auch recht schnell über die stränge schlagen und es kommt bei mir auch darauf an wer das sagt natürlich das kenne ich auf jeden fall aus meinem freundeskreis dass man sich teilweise mit einem lauten lachen ganz schlimme schimpfwörter an den kopf wirft und die für außenstehende vielleicht erst mal ganz schön böse klingen oder solche schimpfwörter würde man auf keinen fall zu jemand fremden sagen weil das natürlich nicht als sitz verstanden wird aber bei uns ist das gang und gäbe und wir lachen darüber und wir freuen uns auch wenn wir wenn wir so miteinander reden können ebenso wie du es gerade beschrieben hast dass das du dann auch mal einen witz machst ich erinnere mich pariah ich glaube vor ein oder zwei wochen hast du zu mir gesagt wir sehen uns dann morgen und hast danach dann angefangen zu lachen und dann habe ich auch angefangen zu lachen und da habe ich dann gemerkt okay da ist so ein bisschen das eis gebrochen dass wir da schon witze machen können ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern dass ich darüber gelacht habe vielleicht ist mir das deswegen passiert weil viele menschen denken halt das wort sehen darf man ja gar nicht sagen und dann dachte ich okay vielleicht klingt er weil die stimme von dir vielleicht auch etwas unsicher klang weil du vielleicht auch das eine oder andere nicht wusste es dachte ich okay vielleicht ist sie gleich verunsichert oder wie auch immer dann musste ich erst mal lachen weiß ich gar nicht mehr aber das habe ich schon öfter gehabt dass die die leute sagen wir sehen uns du kannst ja gar nicht sehen oh sorry sorry dann muss ich dann schon sagen hey alles gut dieses wort nutzen blinde genauso ich kenne das gefühl auf jeden fall was du gerade beschrieben hast denn tatsächlich so ging es mir als ich hier in der barna angefangen habe mit meinem praktikum und da wusste ich auch erst mal nicht wie rede ich mit mit menschen soll also ganz banale sachen wie du es gerade beschrieben hast so kann ich das wort sehen verwenden wenn ich mit einer blinden person spreche und nach einiger zeit merkt man ja natürlich kann man das wort verwenden das ist halt also man muss da gar nicht großartig anders sprechen und das hilft dann auch wenn du dann zum beispiel da mit ein bisschen humor rangehst und das hilft leuten wie mir die neu sind auf jeden fall dann auch so ein bisschen zu merken okay es ist nicht so ernst das ist doch alles halb so schlimm weil viele denken halt jemand hat ein handicap er ist anders ich muss ganz anders mit ihm reden aber so viel anders ist es im endeffekt gar nicht weil wir unterhalten uns auch hier zu dritt ganz normal und wenn man das gar nicht wüsste würde man gar nicht merken dass wir dass einige von uns tatsächlich ein handicap haben alles klar paria du wolltest ja auch noch über das thema gerechtigkeit reden ja das stimmt das ist auch ein thema was mich sehr lange beschäftigt dass jeder unterschiedlich behandelt wird klar muss das zwar sein aber wenn sich jetzt meinetwegen zwei streiten das ist mir schon in der schule aufgefallen da kann ich ja mal eine geschichte erzählen es standen zwei draußen und der eine schulkamerad hat das mädchen immer gestichelt mit irgendwas aber der hat das immer leiser gemacht und sie schrie dann immer und die lehrer die dann von der aufsicht kam haben natürlich die beschuldigt die am lautesten waren weil die nicht gecheckt haben dass es er die ist die sich zu wehr setzt und das hat mir so das herz weh getan ich habe gesagt sie war es nicht er war das jan hat was gesagt so er hat sie die ganze zeit gestichelt die lehrer die beide parteien kannten die haben dann die richtige person genommen aber die lehrer die einfach dahergelaufen kamen vom schulhof kriegen natürlich mit die schreit also die war es auch so was zum beispiel finde ich echt ungerecht ja das ist ja auch ungerecht so was verstehe ich dann auch wieder nicht kennst du auch solche situationen missbar in denen du dich ungerecht behandelt fühlst oder in denen du ungerechtigkeit erlebt hast dass andere menschen ungerecht behandelt wurden also ich finde das zum beispiel ungerecht das war in der pandemie zeit da war ich spazieren mit jemanden und dann haben wir halt normal geredet so wie es einem geht und so und dann habe ich gesagt ich vermisse meinen freund und sie also die andere person hat gesagt sie kann das verstehen und dann meinte sie sie hat ja ihren freund also sie fährt da immer wieder hin ich habe mir dann gedacht nur weil die behörde die distanz zu meinem freund nicht zahlt dass ich meinen freund nicht sehen kann das ist einfach mega ungerecht und nur weil sie ein auto hat und da hinfahren kann ist sie glücklich und ich bin total unglücklich so klar warum sollst du nicht auch das gleiche recht haben dein freund zu besuchen wie die person mit dem auto auch genau total und das ist jetzt so ein bisschen vielleicht ein bisschen philosophisch aber man könnte ja auch schon sagen es ist vom leben ja schon ein bisschen ungerecht dass du zum beispiel auf ein rollstuhl angewiesen bist ja und dann erlebst du in solchen situationen ja immer wieder dass du dann aufgrund dieses rollstuhls dann auch wieder ungerecht behandelt ist weil du eben zum beispiel nicht einfach so zu deinem freund fahren kannst den du ja auch schon sehr lange nicht mehr gesehen hast ne ja schon fast zwei jahre ja das ist das ist wirklich traurig und drei monate noch und dann sind es zwei jahre krass das mag ich mir das mag ich mir gar nicht ausmalen wenn man so lange einen geliebten menschen gar nicht sehen darf oder kann ich hätte auch noch eine geschichte zum thema ungerechtigkeit ich weiß nicht ob sie so ganz passt es hat auf jeden fall mit ungerechtigkeit zu tun ich selber würde sagen dass es auch was mit rassismus zu tun hat ich erzähle einfach mal und zwar ich habe euch ja auch schon mal erzählt dass ich vor meinem studium im rettungsdienst gearbeitet habe ja und da habe ich einen fall erlebt der mich nachhaltig schockiert hat da war ich hatte ich dienst einen tagdienst und wurde zu einem suizidversuch gerufen also zu einem fall wo jemand versucht hat sich selbst das leben zu nehmen und das war in einer unterkunft zu geflüchteten und unser patient war ein ungefähr anfang 20 jähriger mann aus ich glaube eritrea kam der und der hat sich versucht mit einem mit einem fahrradschloss zu erhängen so das ist erstmal natürlich eine ganz tragische situation er hat aber noch gelebt also er hat er hat den suizidversuch überlebt und vor uns ist die polizei an dieser einsatzstelle gefahren also die war schneller als wir sozusagen die hatten sind gleich mit zwei streifenwagen dorthin gefahren und als wir dort reinkam uns wurde eben gemeldet dort ist eine bewusstlose person die sich versucht hat das leben zu nehmen als wir dort reinkam sahen wir wie die ersten beiden polizisten die vor ort waren diesen mann von diesem fahrradschloss gelöst hatten und ihn auf den bauch gelegt hatten und beide knieten auf ihm und haben ihm mit händen festgehalten so dann kam ich rein und war erstmal perplex und dann fragte ich die beiden polizisten ja was ist denn hier passiert und dann sagte der eine ja der hat versucht sich zu erhängen und dann fragte ich und dann hat der euch angegriffen nee okay ich sag wieso kniet ihr dann auf dem wieso haltet ihr den fest denn haben die beiden mich einfach nur völlig verdutzt angeguckt dann habe ich gefragt sag mal atmet der überhaupt noch dann haben sie mich noch verdutzter angeguckt und den griff gelockert und ich sag geht runter von ihm habe ich ihn umgedreht und seine atmung kontrolliert und zum glück festgestellt dass er noch atmet also diese beiden polizisten ich weiß nicht was in denen vorgegangen ist aber die sind dort reingestürmt und die erste reaktion war wir müssen diesen mann jetzt festhalten ich weiß nicht ob sie sich ob sie angst hatten oder ob sie sich bedroht gefühlt haben aber die haben einen bewusstlosen mann auf den bauch gedreht und den festgehalten furchtbar wirklich ohne ohne überhaupt zu prüfen ob der noch lebt und das fand ich heftig ich weiß nicht ob das wie das motiviert war aber da dachte ich auch der war ja vollkommen wehrlos der war vollkommen schutzlos und musste sich dieser gewalt aussetzen das empfand ich in dem moment auch als furchtbar ungerecht weil ich den das ist jetzt eine unterstellung von mir aber ich habe den beiden polizisten quasi unterstellt dass sie das deswegen gemacht haben weil das ein geflüchteter ist das erinnert mich an die geschichte von george floyd mich auch daran musste ich auch gerade denken tatsächlich weil ich meine nur weil er woanders her kommt muss er ja nicht gleich aggressiv sein aber man müsste wenn man den mut hätte obwohl natürlich ist der bewusstlose erstmal wichtiger als alles andere aber man müsste den mut haben und um zu fragen würdet ihr das bei einem deutschen auch machen wisst ihr ich habe mir über diesen einsatz und dieses geschehen sehr oft gedanken gemacht und ich habe mich im nachhinein sehr über mich selber geärgert dass ich nicht irgendwas gegen diese beiden polizisten unternommen habe oder zumindest mit denen noch mal gesprochen habe weil ja in dem moment konnte ich nicht anders ich musste natürlich meine arbeit erledigen ich musste diesem mann erstmal helfen und ich war selber auch viel zu geschockt davon um jetzt richtig zu reagieren und jetzt daraus irgendwas zu machen aber ja dass das hätte man tun sollen und ich weiß auch nicht was dabei rausgekommen wäre aber ich finde es interessant die parallele zu george george floyd die kommt mir jetzt erst vor vor die augen also die ist mir so gar nicht gekommen in den sinn wahrscheinlich weil es bei diesem mann gut ausgegangen ist und er das ganze überlebt hat und ja niemand eigentlich was dagegen unternommen hat was diese polizisten taten oder im nachhinein nichts dagegen unternommen haben ungerechtigkeit gibt es ja an vielen orten es muss ja nicht immer nur im behindertenwesen sein sondern diese geschichte die du beschrieben hast georg mit dem polizisten oder was missbar und ich schon über george floyd dachten aber genauso ist auch ungerecht wie frauen in anderen ländern behandelt werden dass zum beispiel in iran da wo meine familie herkommt ich bin in hamburg geboren aber herr persische eltern und spreche auch beide sprachen da ist es auch so dass frauen zum beispiel sehr ungerecht behandelt werden die müssen kopftuch tragen die müssen sich langärmlich auf der straße anziehen sie dürfen sich nicht präsentieren singen oder sonstiges machen während männer viel mehr dinge dürfen oder die taliban was auch eine zeitlang sehr aktuell war und grundsätzlich immer ein thema ist da schockiert mich echt und ich bin froh dass ich nicht in diesen ländern liebe in deutschland ist es ja auch so dass frauen weniger verdienen als männer leider ja gerade ein leider ja da hast du völlig recht dass frauen weniger verdienen auch das ist ungerecht und ungerechtigkeit ist ein richtig richtig großes feld wo man endlos drüber diskutieren könnte das stimmt allerdings und tragisch finde ich daran eigentlich dass obwohl deutschland ja eigentlich so ein progressives und aufgeklärtes land ist und wir einen einen im vergleich zu anderen ländern total gutes rechtssystem haben und wir auch in einem sehr sicheren land leben müssen wir trotzdem feststellen dass es immer noch solche ungerechtigkeiten gibt wie die tatsache dass im durchschnitt eine frau weniger verdient als ein mann oder es gibt ja auch immer noch den unterschied zwischen osten und westen da gelten ja auch noch mal irgendwie hier und da andere regelungen oder dass sie im osten weniger verdienen oder wie auch immer und das obwohl wir seit wie lange über 30 jahre oder so über 30 jahre da war ich noch nicht auf der welt ich auch nicht vereint auch nicht wir sind schon so lange jetzt eins und warum hat man immer noch unterschiedliche regelungen das werde ich glaube ich nie begreifen das ist ja irgendwie glaube ich so ein überbleibsel aber tatsächlich erinnere ich mich noch daran als ich in der schule war und ich habe im realschulabschluss gemacht und da musste man irgendwann in der 10 klasse so ja sich halt für irgendeinen beruf entscheiden oder zumindest mal rausfinden was man vielleicht mal machen möchte und da macht man dann ebenso so tests was vielleicht zu einem passen könnte und da steht dann bei diesen berufen die einem dann vorgeschlagen werden steht dann immer so was man da ungefähr verdienen würde und da wurde immer aufgesplittet was man in den neuen und in den alten bundesländern verdient und im osten hat man immer ein bisschen weniger bekommen und da habe ich auch gedacht ich war damals 16 dachte wieso ist das so ich meine das ist doch ein land wieso ist die die eine hälfte des landes wieso kriegt man da weniger geld als in der anderen hälfte des landes und natürlich wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt dann versteht man dass das irgendwie noch so übergeblieben ist aus dieser zeit aber gerecht ist das auf jeden fall nicht nee das stimmt oh zum thema ungerechtigkeit ist mir gerade was eingefallen ja bitte miss bei erzählen uns davon ich bin 2017 zum konfirmanden unterricht gegangen weil ich mich konfirmieren lassen wollte und ich war die einzige in meiner gruppe die im rollstuhl saß und wenn man konfirmiert wird gibt es auch so was wie eine konfirmanden reise naja davon habe ich mal gehört ja und das war halt so dass meine konfirmanden gruppe halt auf konfirmanden reise fahren wollte oder ja genau die wollten auf reise fahren dann habe ich gefragt ja was ist denn mit mir und dann hat meine konfirmanden lehrerin gesagt ups ich habe ja gar nicht bedacht dass du eine behinderung hast du kannst da nicht mit weil das halt nicht so auf menschen mit behinderung ausgerichtet ist wie gemein ja das kann man laut sagen und dann war ich natürlich auch traurig und sauer weil ich habe einfach gemerkt dass meine konfirmanden lehrerin sich noch nicht mal die mühe gemacht hat und irgendwie gesagt hat sie organisiert jemanden der mich vielleicht da hin bringt zu den aktivitäten die sie da gemacht haben und mich dann wieder nach hause bringt nein ich war dann zu hause während meine anderen konfirmanden kollegen sage ich jetzt mal voll den spaß hatten und das finde ich auch sehr ungerecht ja total vor allem weil das ist ja eben so angeschnitten diese lehrerin ja einfach gar gar nicht darüber nachgedacht hat ob es da eine lösung für gibt sondern einfach pauschal gesagt hat nee das geht halt nicht muss halt zu hause bleiben ja auf jeden fall sehr sehr ungerecht ja die hat halt gesagt sie hatten die konfirmanden reise schon gebucht bevor bevor die nächste gruppe dran war also ich war quasi die nächste gruppe mit den anderen da haben sie gar nicht in betracht gezogen dass da vielleicht jemand bei sein könnte der unterstützung braucht oder sowas genau sie hat auch gesagt ich war die erste mit behinderung die sie überhaupt unterrichtet hat die zwei jahre dadurch hatte sie natürlich die erfahrung gar nicht so ne ja genau klar das ist natürlich ich sag mal etwas was man verstehen kann okay keine berührungspunkte damit aber eigentlich sollte so jemand doch in der lage sein dann darauf eingehen zu können und ich finde es besonders schwierig weil konfirmation ist ja eine kirchliche geschichte eine christliche geschichte und eigentlich hat das christentum ja auch sehr menschliche werte an sich eigentlich ja und die entdeckt man da jetzt aber nicht so wirklich wieder in dieser geschichte leider nicht ich habe mich auch sehr unwohl gefühlt daran sieht man mal dass die kirche gar nicht immer so ehrlich ist wie sie tut ja leider stimmt das ja ich war auch sehr oft angespannt wenn wir irgendwie in der bibel lesen sollten oder wir sind auch damals oft eis essen gegangen wo du mich auch vergessen haben und irgendwann habe ich mich versucht anzufreunden mit einer mit konfirmand mit einer mit konfirmand in von mir und die hat mir dann auch ein bisschen geholfen aber eigentlich war ich immer sehr froh wenn die zwei stunden vorbei waren die ich unterricht gehabt hatte dann hat ja eigentlich die schöne idee weil du hast dich ja wahrscheinlich eigentlich darauf gefreut damit machen zu können hat sich ja eigentlich dann umgewandelt zu etwas unangenehm ich habe mich auf jeden fall eigentlich gefreut aber als ich dann gemerkt habe wie das so wirklich ist habe ich immer gesagt oh nein jetzt ist donnerstag ich muss nach der schule dahin oh nein ich wollte mal kurz auf das eis essen zurückkommen wie wieso konntest du da zum beispiel nicht mitmachen weil das ist ja etwas was eigentlich relativ einfach zu organisieren ist oder mit der gruppe eis essen zu gehen ich konnte mitmachen also wir sind dahin gefahren zur eisdiele aber die meine konfirmanden lehrerin meinte dann so mitten auf dem weg so oh nein die hat ja stufen und also die eisdiele jetzt ja der größere teil ist halt in die eisdiele rein ich konnte nicht wegen den stufen und eine mit kompirmanden ist mit mir draußen geblieben und hat mit mir da das eis gegessen aber ich habe mich ausgeschlossen gefühlt na klar weil du hast halt gemerkt dass deine mit konfirmanden das quasi nur für dich getan hat damit du nicht alleine bist ja genau und mit dieser geschichte schneidest du ja auch etwas an worüber wir auch letztes mal gesprochen haben thema inklusion und das ist ja auch ein ding von barrierefreiheit also natürlich kann man nicht erwarten dass jeder kleine laden irgendwo eine rampe hat und so weiter das ist wahrscheinlich schwierig umzusetzen und auch bestimmt sehr teuer für so einen betreiber von so einer eisdiele aber es zeigt ja wieder dass man wenn man ein handicap hat von solchen dingen dann irgendwie ausgeschlossen wird und da war jetzt meine frage an dich paria bist du auch schon mal auf barrieren im alltag gestoßen wo du dich irgendwo ausgeschlossen gefühlt hast weil du irgendetwas nicht so machen konntest wie andere es gibt manchmal situationen wo das so ist ich habe früher mal im mädchen chor hamburg gesungen da war ich die einzige blinde und war auch glücklich was es manchmal schwieriger macht ist wenn man auf chor reisen ist was ja auch spaß macht und dann ist man in irgendwelchen geschäften wenn man gerade freizeit hat dann darf man vielleicht auch mal shoppen und die mädels unterhalten sich über röcke schuhe welches kleid passt zu welchen schuhen und so weiter und man denkt sich ja schön und nun ich kann es ja nicht durch ein schaufenster sehen oder in museen ist das auch ein sehr gutes beispiel wenn man im museum ist toll alles hinter glas man darf das wenigste anfassen und man kann sich vielleicht infos holen über kopfhörer wenn man jetzt informationen über mozart oder sonst wie haben möchte ist aber nicht das gleiche wie wenn man die figuren anfasst aber wenn man sowas vorher ankündigt als ich am borgweg war in der schule zum beispiel da hat unsere lehrerin weil wir eine blinden schule waren oder sind hat eine lehrerin gesagt wir haben hier blinde schüler und die müssen fühlen dann ging das wenn man sowas ankündigt okay also wenn sich leute darum kümmern das war ja jetzt in der schule der fall dann scheint das also zu gehen dass die barrieren freigemacht werden können aber jetzt in dem beispiel was miss bei uns genannt hat da hat sich ja nicht so wirklich jemand gekümmert bzw wurde das einfach nicht mitgedacht weil man hätte ja auch eine eisdealer aussuchen können die ebenerdig ist wo du einfach reinfahren kann ja stimmt das hätte man machen können und es gibt ja nun wirklich genug eisdealen in hamburg oder ja das stimmt auch ich glaube dass es für rollstuhlfahrer auch noch mal schwieriger ist als für jemand der nicht sehen kann weil bei mir wäre das so ja gut drei stufen hoch das kriege ich auch noch hin nur bei mir müsste man zum beispiel keine ahnung die sorten vorlesen bei läufern muss man nicht so viel bedenken wie bei leuten die jetzt im rollstuhl sitzen und ich glaube das ist etwas wo die bevölkerung sich mehr damit befassen sollte definitiv und mir fällt gerade ein wir sind ja die letzten wochen zusammen mit anderen leuten aus der bana ins konservatorium gefahren und das war ja auch gar nicht so einfach obwohl natürlich die s-bahn natürlich darauf ausgelegt ist dass man da auch mit einem rollstuhl reinfahren kann aber erinnerst du dich noch als wir die eine bahn verpasst haben ja magst du davon noch mal erzählen also da sind wir von ich sag jetzt mal so von der schule wollten wir wieder zur bahn erfahren mit der bahn und und wir müssen bei einer station aber immer umsteigen ja genau umsteigen nach hinten also um das vielleicht kurz verständlich zu machen die s-bahn fährt an der einen station vorwärts rein dann steht sie da eine minute und dann fährt sie in die entgegengesetzte richtung wieder raus also wenn man mit einem rollstuhl eine s-bahn betreten möchte dann muss man immer ganz vorne einsteigen wo der lokführer sitzt damit der einem so eine rampe hinlegt und wenn die s-bahn aber nun in die andere richtung raus fährt muss man dementsprechend ans ganz andere ende der s-bahn genau genau in der situation waren wir und wir sind dann halt ausgestiegen und dann wollten wir halt ans andere ende fahren und ein arbeitskollege von mir sage ich jetzt mal der schon vorgefahren und ich kann leider noch nicht so schnell fahren so also in der öffentlichkeit weil ich einfach sehr ungern mit öffentlichen verkehrsmitteln fahre wenn ich im e-rolli sitze dann ist halt mein kollege vorgefahren und als ich gerade dabei war zu fahren hat der bahnführer einfach die tür zu gemacht und dann ist er weggefahren vor unserer nase und das fand ich natürlich sehr sehr doof nun hat es dazu geführt dass wir ich glaube acht minuten auf die nächste bahn warten mussten das klingt jetzt im ersten moment natürlich nicht so tragisch acht minuten irgendwo warten zu müssen aber luca der uns der dabei war der hat mir erzählt das passiert regelmäßig und das schlimmste fand ich in dem moment eigentlich dass der lokführer bei dem wir eingestiegen sind also der vorne in der bahn war dass der das sozusagen schon angekündigt hat der hat zu uns nämlich gesagt ja ich kann aber nicht versprechen dass mein kollege auf euch wartet ja und da habe ich gedacht naja du kannst dem doch bescheid sagen und dann steht er da halt eine minute länger weil ich glaube länger als eine minute hätte das nicht gedauert kurz auf uns zu warten ja und das habe ich in dem moment als riesengroße ungerechtigkeit euch gegenüber empfunden das sind halt auch gründe warum ich als rolli fahrerin sage also längere distanzen mache ich nicht ohne begleitung das kann ich sehr gut verstehen auf gar keinen fall das sollte man auch nicht machen weil es ist so wie sie einen da behandeln es ist sowohl ungerecht als auch nicht inklusiv total das stimmt ja das ist genau pariah da sprichst du nämlich das thema an was wir letzte woche zu zweit besprochen haben nämlich dass natürlich von der politik immer inklusion gefordert wird und groß darüber gesprochen wird aber im alltag merkt man so richtig nichts davon eigentlich ja solange ist in den köpfen der menschen noch nicht ankommt kann auch die politik nichts machen ich zum beispiel haben auch das problem dass die bahn viel zu kurz anhält und das ist auch ein grund warum ich nicht gerne alleine bahn fahre ich kann es nicht wirklich ich bin zu langsam und werden während man einsteigt dann macht schon die s-bahn das signal zur tür zu dann kriegst du schon panik da denkst du schnell rein da und wenn man da keine begleitung hat also ich jetzt keine begleitung habe der mich dann schnell rein sieht ja dann häng ich zwischen der tür ich habe zum beispiel auch panik gekriegt als ich gesehen habe und nein die türen sind zu und dann habe ich versucht ganz schnell zu fahren und ich wäre fast gegen fasten gefahren weil ich mich so gestresst habe damit in dem augenblick das zeigt natürlich dass der alltag und jetzt hier im speziellen fall das bahnfahren halt einfach sehr schlecht darauf ausgelegt ist dass menschen die ein handicap haben diese sachen auch nutzen können beziehungsweise genauso nutzen können wie alle anderen und ja man muss einfach sagen das ist unfair definitiv ja dann sind wir auch schon am ende unserer folge angekommen und mispa möchtest du uns noch was erzählen danke schön dass wir so so gut mit dir reden konnten paria bitte gerne ja paria vielen dank für deinen besuch und das hat uns auf jeden fall viel spaß gemacht mit dir heute zu quatschen ja und ich glaube dass unsere hörerinnen und hörer das auch zu sehen das glaube ich auch ja freut mich auch super dann macht es gut und bis zum nächsten mal bei all inclusive bis zum nächsten mal tschüss 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 bis zum nächsten mal tschüss